Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen bei Türchen Nummer 21. Let's go! Und da ist Türchen Nummer 21 und ich bin schon gespannt, was da drin sein wird. Und es ist eine Figur! Oh, diese Figur beinhaltet Luke, worüber ich leider nicht so glücklich bin, aber passt natürlich zum Hoff-Theme, das wir hier im Adventskalender sehen. Let's go! Und damit mich jetzt bitte keiner falsch versteht, das ist eine coole Figur durchaus und passt natürlich in den Adventskalender. Hier ist noch das Alternativ-Gesicht. Aber wir hatten die in einem Microfighter drin für 15, 20 Euro und wir haben erfahren, dass wir sie nächsten Monat auch im Magazin bekommen und dann finde ich die Inklusion hier jetzt ehrlich gesagt etwas unnötig. Trotzdem natürlich schöner Print für Beine und Torso. Gesicht ist ein bisschen hellweder, weil es auf weiß gedruckt ist, aber es passt und es ist ein bisschen ärgerlich, dass es Alternativ-Gesicht rausguckt. Aber prinzipiell nette Figur. Dann sehen wir uns morgen zum neuen Adventskalender Türchen.